Die WDS Software und Service GmbH versteht sich als Lösungsanbieter im CAD-CAM-Umfeld. Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern. Bitte überzeugen Sie es selbst. Mit unseren kundenspezifischen Präsentationen sind wir in der Lage, für nahezu jede Anforderung eine Lösung zu finden. Und das nicht nur in der Theorie, sondern praxisnah direkt an der Maschine. Kundenzufriedenheit ist uns sehr wichtig. Daher bieten wir einen modernen Support mit Fernwartungssoftware an, um Ihnen eine schnelle Lösung liefern zu können. Neben dem Vertrieb von 3D-Druckern, dem dazugehörigen Service und Schulungen, bieten wir auch Druckdienstleistungen an. Unsere Schulungskonzepte sind praxisorientiert. Dabei lernen Sie intensiv in kürzester Zeit die Software kennen und können diese produktiv nah einsetzen. WDS Software und Service GmbH. Ideenreich, zuverlässig, kompetent. Unser wichtigstes Ziel ist die Kundenzufriedenheit. Wir finden auch für Sie die perfekte Lösung. Wir sind gerne für Sie da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017